Das betrifft jetzt Unternehmer, Führungskräfte und Investoren gleichermaßen. Wir sind in einer ganz ähnlichen Situation wie damals, als wir Corona-Zeit erlebt haben, Reddit-Aktien gehypt wurden und viele von euch sicherlich Gewinner waren und andere heftig auf die Nase bekommen haben. Ja, tatsächlich geht es wiederum um technologische Entwicklung. Und zwar in einer technologischen Entwicklung, die so schnell erscheint, dass Unternehmen quasi gezwungen werden, gewisse Risiken einzugehen, um ihre Renditeziele, die sie sich setzen, auch zu erfüllen. Ja, tatsächlich könnte es passieren, dass ähnliche Unternehmen wie damals Nikola, das verheißungsvolle Wasserstoffunternehmen, was am Ende keine einzige marktreife Technologie vorzuweisen hatte, mit einer Milliardenbewertung gehypt, um dann in den Keller abzustürzen, mit der einfachen Folge, dass Gründer Trevor Milton schließlich des Betruges verurteilt wurde. Eine solche Schrittweise kann uns passieren als Investoren, dass wir genau auf ein solches Pferd setzen, wenn es nach unten geht, gleichzeitig aber auch innerhalb eines Unternehmens. Abteilungen oder einzelne Mitarbeiter, die ganz ähnlich wie im Dieselskandal vom VW damals, einzelne Informationen für sich vorbehalten haben, eine Innovation quasi angetäuscht haben, um ihre Ziele zu erreichen und damit einen Konzern Milliarden Euro an Kosten und Reputationen verursachen. Nun, wir müssen darauf schauen, dass wir in dieser aktuellen Phase, wo Innovationen nicht wie vor 500 Jahren 50 Jahre dauern, sondern 50 Tage, 100 Tage, bis das nächste Top-Ding auf den Markt kommt. Kaum haben wir ChatGPT gesehen, sind die Bilderentwicklungen noch hervorragender. Nun entwickeln wir Videos mit Zora demnächst in einem Affenzahn für ein Apfel und ein Ei. Ja, in diesen Zeiten sind Unternehmen dazu gezwungen, einem solchen technologischen Boom nachzugehen, Tempo zu geben, auf das Gaspital zu drücken, um nicht den Anschluss zu verpassen an den immer stärker werdenden Wettbewerb. Denn eins tun auch die aktuellen KI-Tools. ChatGPT, Gemini und Co. sind eine Beflügelungstool für alle Kategorien von Unternehmen. Da wo vorher KI nur für große Konzerne zur Verfügung stehen, sind plötzlich auch Startups, mittelständische Unternehmen, ja sogar Ein-Mann-Personen in der Lage, Geschäftsmodelle von großen Unternehmen anzugreifen. Und zwar, wie Studien zeigen, nicht nur schneller als bisher, sondern wie eine bestimmte Studie von Harvard zeigte, die mit Boston Consulting Group durchgeführt wurde, wurden die Berater durch die Nutzung von ChatGPT 4 sogar 40% besser. Wenn ich diese Zahlen sehe, dann wird es dem einen oder anderen Unternehmen etwas mulmig, denn wir müssen mithalten. Und gleichzeitig sehen wir aber auch den EU-AI-Act, der neue Regelung für KI setzt, sogar Sachen als KI bestimmt, die früher gar keine waren. Algorithmische, statistische Lösungen sind plötzlich mit aufgeführt. Und wir Unternehmer müssen uns also überlegen, wie wir damit umgehen. Nun, die Folge ist klar. Es wird immer mehr Unternehmen geben, die durch den Wettbewerbdruck etwas machen müssen. Wir werden gezwungen, KI zu verwenden, aber auch andere Technologien. Ich will mich gar nicht nur einseitig konzentrieren und darauf limitieren. Aber wir sehen es auch bei den größten Unternehmen. Die Angst davor, dass der Wettbewerb sie abschneidet, ist groß und sie müssen agieren. Und dabei sind wir plötzlich in einem ziemlich engen Zwiespalt zwischen ethischen, moralischen und auch sicherheitskritischen Maßnahmen, die wir eingehen. Wenn wir das mal anschauen, ist es ziemlich offensichtlich bei Sachen der Überwachung, Gesichtserkennung, autonomes Fahren und Ähnliches, wo wir klar sehen, ja, da gibt es natürlich Bedenken, da könnte man davon ausgehen, dass irgendwo Risiken entstehen. Aber auch schon bei kleinen Bewertungen eine einfache Datenschutzverletzung, weil ich eine E-Mail in ChatGPT kopiere und der Originalnamen verarbeitet wird dieser Person und wir plötzlich Daten verarbeiten auf Basis dieser Personendaten, die illegalerweise nur, oder in dem Fall plötzlich vielleicht nach Amerika geschickt werden sogar. Also hier sind wir auf ganz dünnem Eis, was solche rechtlichen Kriterien angeht. Wir selber beobachten das in vielen Unternehmen, dass dafür noch gar keine Grundlagen schaffen wurden, aber sehen auch immer mehr, aber ich würde sagen, von den Unternehmen, die ChatGPT und Co. zulassen, etwa 30%, die tatsächlich Regelwerke erstellt haben, die für die Mitarbeiter gelten. Aber was macht dieser Druck nun? Oder wie können wir darauf achten, dass sowas nicht passiert? Ich glaube, Unternehmen müssen verschiedene richtige Maßnahmen ergreifen in Zukunft und ein gutes Maß halten. Ich meine, wir haben es gesehen, wozu es führen kann. Tesla auf der einen Seite hat es immer wieder bewiesen, in der technologischen Entwicklungsgeschwindigkeit schnell genug zu sein, um frühzeitig etwas anzukündigen, auf den Markt zu gehen, vielleicht den einen oder anderen Mangel noch hatte, aber trotzdem rechtzeitig da war, sodass das Unternehmen an Zugewinn der Reputation durch diese Geschwindigkeit hatte, Motivation hervorgebracht hatte, schneller und besser zu sein, ohne großartige Risiken einzugehen. Bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Theranos, der eine oder andere erinnert sich noch an Elizabeth Holmes mit der tiefen Stimme, weil sie dadurch stärker und männlicher klingt und man das als Macht- und Dominanzzeichen wahrgenommen hat. Nun, diese junge Dame, die nun auch im Gefängnis landete, in den USA mehrfache Lebenszeiten, glaube ich, hat sie da verurteilt bekommen, hat also auch das Tageslicht in der Form nicht mehr Wiedersehen, einfach, weil sie eine Idee hatte, über Implantate, Blutmessungen durchzuführen, aber um Kapital einzusammeln, viel zu schnell auf den Markt ging, ohne weitere Experimente durchzuführen, Sachen versprach, die nicht möglich waren und damit in eine Art Schneeballsystem des Betruges hinein, sich selber hineinzog und nicht mehr herausgetraut hatte. Nun, das ist eine kritische Situation, die wir eben auf der Kehrseite sehen. Und von außen betrachtet muss ich aber sowas auch als Investor oder als Unternehmer feststellen. Ich muss sehen, ob sowas in meinem Unternehmen gerade passiert oder nicht. Und dafür würde ich ein paar Freunde sozusagen sehen, die auf der einen Seite stehen. Und diese Freunde könnten zum Beispiel sein, dass wir eine Art regelmäßige Sicherheitskontrollen in verschiedenen Prozessen, vor allem im Forschungsbereich, etablieren. Das ist also ein klare Entscheidungskriterium, ein Baum, ein Weg dargestellt wird, an welchen Tagen welche Prozesse und wann auch mal zufällig geprüft werden, um hier auf Sicherheitskriterien und ethische Kriterien zu hinterfragen. Dafür braucht es dann idealerweise ein Ethik-Gremium. Wir sehen es jetzt schon bei Google, Microsoft und den großen Konzernen, dass sie ein solches Ethik-Gremium einführen. Naja, was wir davon halten können, ist aus europäischer Sicht vor allen Dingen, das sei dahingestellt. Also ob da quasi so kommuniziert wird, dass man besonders gut in der Ethik ist oder wie stark da nun wirklich darauf geachtet wird, dass einzelne Rechte berücksichtigt werden oder ob es eben nur das Legalitätsthema betrifft, das sei dahingestellt. Aber wir sehen natürlich, dass auch Gründer von OpenAI, Sam Altman oder Elon Musk darauf hinweisen, dass deutliche Gefahren da sind. Und deswegen würde ich mal auch davon ausgehen, dass mittlerweile die Ethik-Gruppen und die Kommissionen, die unter Unternehmen dargestellt werden und genutzt werden, gar nicht mal so irrelevant mehr sind. Ich würde das auf jeden Fall abfragen bei einem Unternehmen, ob ein solches Gremium vorhanden ist. Und drittens würde ich mir dann wünschen, dass eine offene Kommunikation durchgeführt wird. Wenn also mal was schiefläuft, dann sollte man das auch erkennen können. Nicht nur als Teil dieses Gremiums, sondern vielleicht auch im gesamten Team. Wir sehen das als offene Fehlerkultur in sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen. Je klarer man dort kommuniziert, was auch mal schiefläuft, desto besser werden auch die Feedbacks und dementsprechend auch die Kultur im Unternehmen, die alle Mitarbeiter mitnimmt und sicherstellt, dass auch jeder in diesem Prozess keine Angst darum haben muss, dass das eigene Produkt vielleicht Schaden verursachen könnte. Und so gibt es natürlich dann auch Feinde. Und das ist immer dann, wenn Geld verdienen, Umsatz zu steigern, als oberstes Credo gesehen wird. Wenn also dann auf Kosten von gesundheitlichen Maßnahmen für Kunden dann agiert wird. Also wenn sowas im Vordergrund steht, dann ist es offensichtlich schwierig. Man könnte es auch einfach Gier nennen. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil von offener Kommunikation, Verschwiegenheitspflicht oder sogar das Anklagen von Kritikern. Also sobald jemand einen Zweifel hegt, da auch noch aktiv dagegen vorzugehen, vielleicht gegen diese Person zu klagen. Das passiert in der Regel nicht zwingend beim Unternehmen, wo alles sauber läuft, außer sie ist eine Hetzjagd, eine verbale, gegen das Unternehmen aktiv. Aber wir sehen es selten bei einem sehr erfolgreichen Unternehmen, was regelmäßig Innovation betreibt, dass da eine Art von aggressiver Kommunikation gegen Kritiker oder gegen Glaubenskritiker durchgeführt wird. Vielmehr kommt man mit Tatsachen entgegen und das ist das Resultat, was ich auch am liebsten sehe und am meisten schätze, wenn ein Unternehmen durch fertige Produkte und Transparenz in diesen Produkten, was kommt für Daten rein, was kommt für Daten raus, was passiert genau damit, durch diese Art von Transparenz punktet und seine Kunden, Partner, Investoren und Co. begeistern können. Diese Transparenz fordern wir auch in der Aktienanalyse stets von Unternehmern, CEOs, CFOs und so weiter ein. Wenn wir diese Information nicht bekommen würden, dann würde ein Investment, sagen wir mal, deutlich im Wege stehen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Punkte klar zu beobachten. Als Maßnahme kann ich also drei Ideen mitgeben. Zum einen, dass wir von außen ein Investment sehen wollen, nicht nur in klassische Forschung und Entwicklung, sondern ein klares Investment in eine Art von Sicherheitsforschung. Ein Unternehmen, was Sicherheitsforschung vorantreibt, wird auf einem stabileren Bein stehen. Und ja, ein kleines Team kann vielleicht nicht einen ganzen Mitarbeiter dafür absetzen, aber Experten dabei zu haben oder sich ins Boot zu holen, die sich mit Sicherheit, Datenschutz und Co. auskennen, ist durchaus zu empfehlen. Und das wäre auch mein zweiter Punkt. Eine Kommission, die ich in einem Unternehmen sehe, die sich um ethische und Sicherheitsbedenken, Themen bekümmert, wäre eine Maßnahme, die ich sehr, sehr schätzen würde. Um nicht in dem Ziel, das überzustrapazieren und betriebsratmäßig alles klein zu schlagen, was an Ideen kommt, aber vielmehr, um eine ständige Kommunikation, eine offene Kommunikation durchzuführen. Was dann schließlich auch der dritte Punkt sein kann, dass wir diese Kommunikation im Unternehmen, aber auch nach außen offen durchführen. Wenn also ein Bedenken besteht, den Kunden vorher zu fragen, ob eine solche Maßnahme für die Kunden in Ordnung ist, statt sie einfach durchzuführen und dann hoffen, dass nichts passiert oder sich danach zu entschuldigen, das wäre eine Maßnahme, die etwas langsamer ist, aber vielleicht gegen die größten Probleme ankommen könnte. Denn diese Milliardenklage zum Beispiel, die erfolgreiche gegen Meta von der EU oder 700 irgendwas Millionen gegen Google und die ganzen anderen großen Namen der Tech-Branche, die Daten von Personen nach Amerika geschafft haben, diese Klagen könnten sich häufen und zwar auch in einer Intensität, die wir vorher nicht gesehen haben. Denn die technologische Entwicklung, die immer schneller wird, in Verbindung mit der größeren regulatorischen Anforderung von allen Seiten, Datenschutz an sich war schon ein Thema, jetzt kommt der AI-Act und so weiter. Diese beiden Paare gepoolt, schaffen eben das extreme Wachstum, in dem wir im Wettbewerb stehen und die Gefahr, dass wir zu schnell etwas veröffentlichen wollen, was wir nicht sehen. Und deswegen möchte ich dich als Unternehmer, aber auch als Führungskraft auffordern, auf diese Sachen zu achten, im eigenen Unternehmen zu überdenken und sich zu trauen und diesen wirklich großen Mut zu haben, diese Themen auch anzusprechen. Nicht wegzuschauen, weil das Problem dadurch nicht behoben wird, sondern ernsthaft hinzuschauen an die Stelle und sagen, okay, hier müssen wir eventuell was ändern. Dann in die Dialoge zu gehen, um auf die Lösung zu kommen. Und als Investor muss ich dies noch tiefer hinterfragen, weil ich es nicht täglich erlebe. Als Investor auf ein Unternehmen von außen zu schauen, was eine hervorragende Ideenbilanz in der Vergangenheit hat, mache ich mir weniger Sorgen. Was ist aber, wenn das Unternehmen etwas Neues macht, was noch nie da gewesen war und vorher auch keine Erfolgsbilanz zeigen konnte, dann würde ich etwas stutzig sein. Grundsätzlich mögen wir es also aus der Stärke hinaus zu investieren. Ein Unternehmen, was über 10, 20 Jahre Forschung und Entwicklung erfolgreich treibt, Sicherheitskriterien immer eingehalten hat, das wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun. Und wenn das Unternehmen dominant ist und diese Stärke hat, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir das, wenn alle anderen Bedingungen stimmen, auch in Zukunft weiter sehen würden. Wir betrachten deshalb die Integrität des Vorstandes eines Unternehmens oder der Geschäftsführung als einen der maßgeblichen Aspekte, um einzuschätzen, ob ein Unternehmen erfolgreich sein kann oder nicht. Denn der Fisch stinkt tatsächlich immer vom Kopf. Und so ist es in der Börse und im eigenen Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal bei gutem Duft wieder zusammenkommen. Bis bald, dein Gero.